So, ihr denkt, wir haben alle IT-Security-Berufsbezeichnungen fertig? Falsch, es gibt noch ein paar. Und zwar heute mit dem IT-Security-Consultant. Euer Unternehmen braucht rein zufällig IT-Security, hat aber kein Geld für eine eigene Anstellung, für einen eigenen Job in der IT-Security. Oder vielleicht gibt es spontan ein neues Projekt, wie zum Beispiel ein neues großes Software-Projekt. Und ja, ihr braucht neue Leute, die sich mit Security auskennen, weil ihr keine mehr habt, aber halt nur kurz. Und genau dafür gibt es Security-Consultants. Und ja, das sind im Endeffekt, Consultant heißt Berater, das heißt, er berät wirklich ein Unternehmen für einen speziellen Anwendungsfall. Das heißt, häufig sind diese Leute natürlich selbstständig, aber in den meisten Fällen tatsächlich immer noch angestellt, weil man hat immer mal wieder so eine gewisse Leerlaufzeit. Das heißt, man muss quasi Zeit überbrücken, wo man nirgends gebraucht wird, weil man zwischen den Jobs ist sozusagen. Und ja, deswegen gibt es meistens Unternehmen, die Security-Consultants verwalten sozusagen und die einfach ausleihen an andere Unternehmen. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie ein Makler sozusagen, wobei normalerweise nicht ein einziger Security-Consultant ausgeliehen wird, sondern wirklich mehrere. Also ein ganzes Team, was schon seit Jahren zusammenarbeitet und dann gemeinsam irgendwas testet zum Beispiel. Und das ist wirklich was, was viele Unternehmen sich leisten können, weil es eben nicht so lange geht. Man ist nicht irgendwie verpflichtet, die Leute dann irgendwie mindestens zwei Jahre zu bezahlen oder sowas, sondern man kann halt einfach mal sagen, yo, das Projekt, das muss jetzt in einem Vierteljahr durchgeboxt werden und dann wollen wir da auch wirklich eine gute, sichere Lösung haben. Deswegen brauchen wir euch als Security-Consultants und dann sagt einfach die Firma, yo, haben wir ein Team hier bitteschön und dann geht es weiter. So, das machen tatsächlich sehr viele Firmen und ja, viele machen es auch tatsächlich mit Freelancern. Das heißt, wenn ihr irgendwie Freelancer sein wollt, dann geht das natürlich auch dazu nochmal ein separates Video. Aber eben, ja, Security-Consultants sind ziemlich wichtig geworden, weil eben sehr viele Firmen zu klein sind, um sich einen eigenen Security-Menschen zu holen. und nicht jede Firma hat was mit Software zu tun und ja, teilweise hat man, wie gesagt, einfach neue Softwareprojekte. So, das heißt, was sind eigentlich eure Aufgaben? Nun, ihr arbeitet quasi vor Ort mit anderen Firmen zusammen und das ist vielleicht der größte Unterschied zu den bisherigen Jobbezeichnungen. Ihr arbeitet nicht immer im selben Umfeld. Ihr arbeitet quasi mal da, mal da, mal da. Dadurch kommt eine gewisse Abwechslung auch zustande und es ist eigentlich auch recht angenehm. Was ihr macht, ist allerdings super, super unterschiedlich, je nachdem, was für einen Job ihr habt. Also, je nachdem, wo ihr eben gerade landet. Das heißt, ihr macht zum Beispiel Pentesting, ihr macht zum Beispiel aber auch Entwicklung von IT-Security-Strategien. Ihr macht sowas wie Identity und Access Management. Ihr könnt sogar teilweise Policies entwerfen, die die dann umsetzen oder eben Protokolle, je nachdem, was da eben gerade gebraucht wird. Ihr macht, je nachdem, ob es gebraucht wird, Forensik, ihr macht Audits, ihr macht Networking, Firewalls und so weiter und so fort. Ihr macht teilweise BSI Grundschutz und die ISO 27000. All das sind Dinge, die ihr dort macht als Security Consultant. Und ihr merkt, das ist so ziemlich der breiteste Themenbereich, den man eigentlich in der Security finden kann. Ähm, also ähnlich breit wie beim Management, nur, dass ihr mehr Hands-on seid. Genau, HON seid. Ähm, mehr Hands-on. Das heißt, ihr seid wirklich am Code. Ihr entwickelt selber Software teilweise. Ähm, in DevSecOps zum Beispiel kann das auch mal durchaus vorkommen, dass ihr da quasi, ähm, wirklich codet. Und gemeinsam mit anderen Leuten, also quasi, ihr seid der Security-Mensch in einem Development-Team. Das kann euch auch passieren, dass ihr quasi einfach mal für eine Weile Security Engineer seid. Also so ziemlich alles, was unter Security fällt, macht ein Security Consultant. Und das ist natürlich, ähm, eine gewisse Herausforderung, aber es ist auch schön abwechslungsreich. Das heißt, wer das mag, der ist eigentlich immer ganz gut als Security Consultant aufgehoben. Problem ist natürlich, ähm, ihr seid selten mal wirklich lange Zeit an einem Ort, weil natürlich die Firmen, für die ihr arbeitet, öfters mal wirklich weiter weg sind. Das heißt, ihr seid eventuell auch mal wirklich die ganze Woche in einem Hotel untergebracht und fahrt nur am Wochenende heim. Das kann auch da passieren. Ähm, teilweise kann es aber natürlich sein, dass ihr monatelang nur an einem Ort seid und wenn ihr da rein zufällig eure Wohnung habt, ist das perfekt natürlich. Und ja, man kann sich das natürlich aussuchen. Also es ist jetzt nicht so, als würde man sagen, hey, ich muss jetzt nach Berlin für zwei Jahre, ciao Familie, mach's gut. So, man kann sich das natürlich aussuchen. Ähm, ja, die große Frage ist natürlich, ähm, wie kommt man da? Wie kommt man da eigentlich hin? Nun, also natürlich ist der Übergang hier von Security Consultant und Security Engineer Analyst fließend. Das heißt, manchmal werden die auch einfach direkt übernommen. Manchmal steigen die auch direkt zum Management auf, je nachdem. Das ist absolut fließend hier, das ist so ziemlich das Fließendste, was es überhaupt gibt. Ähm, aber in den meisten Fällen kann man sagen, ein Studium ist schon sinnvoll. Aber, wie gesagt, man kann das Ganze auch eigentlich als Fachinformatiker machen, also mit Ausbildung machen, als Ausbildungsberuf quasi machen und dann sich mit Zertifikaten in die Richtung Security weiterbilden. Und deswegen will ich auch nochmal ein separates Video über Security Zertifikate machen. Ähm, und da dann noch ein bisschen mehr Infos geben. So, welche Zertifikate sind sinnvoll, welche sind eher nicht so sinnvoll und was ihr eigentlich genau machen wollt so damit. Ähm, natürlich gibt es immer Spezialisierungen dafür auch. Das heißt, es kann nicht oder es muss nicht unbedingt sein, dass ihr nur die, ähm, also alles macht, sondern es kann natürlich auch sein, dass ihr wirklich ein Security Consultant nur für Pentesting seid, ja. Das heißt, ihr seid quasi nur der Pentester und werdet von einem Unternehmen wirklich als Pentester angestellt. Das sind auch Security Consultants, die dann wirklich externe sind, die dann Pentesten. So, das ist eigentlich, ähm, so die Norm, dass man die als Security Consultants bezeichnet. Aber es gibt natürlich auch andere Spezialisierungen, also IAM ist zum Beispiel auch ganz beliebt. Da kann man sich auch drauf spezialisieren und sagen, ich mache nur Identity und Access Management, weil das auch wirklich, ähm, ein großes Thema ist, was man eigentlich so unterschätzt. Und ich persönlich mag das Thema eigentlich. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir das ganz gerne. Und, äh, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen. Okay, ähm, natürlich, das Gehalt ist dementsprechend, weil es eben so ein breites Jobgebiet ist, auch gar nicht mal so schlecht. Also, ähm, man muss sagen, der Security Consultant muss natürlich viel machen. Und er hat sehr, sehr wechselnde Arbeitsverhältnisse. Das heißt, er muss unglaublich flexibel sein. Und er wird dementsprechend natürlich auch ganz gut bezahlt. So, das bedeutet, er bekommt im Einstiegsgehalt, also wirklich, wenn ihr bei einer Firma anfangt, seid ihr schon bei 44.000 Euro im Jahr im Schnitt ungefähr. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das mal so überlegt. Und dann steigt ihr im Junior Consultant, als Junior Consultant schon relativ schnell auf 60.000 hoch und könnt als Leading Consultant, also quasi als Senior Consultant sozusagen, könnt ihr auch gut mal bis zu 120.000 verdienen. Je nachdem natürlich, was ihr genau macht, ähm, bei welcher Firma ihr arbeitet und so weiter und so fort. Das ist natürlich mega abhängig. Wenn ihr zum Beispiel nur bei Banken arbeitet, dann verdient ihr natürlich mehr, als wenn ihr jetzt, sagen wir mal, im Agrarbereich arbeitet, okay? Es ist halt einfach je nachdem, wie viel die Firmen auch zahlen können, die euch dann beauftragen. Aber ja, all das zusammen, eigentlich ein sehr attraktives Jobbild, muss man sagen, weil man auch ein gewisses bisschen rumkommt. Man kann auch durchaus mal einen Job im Ausland bekommen als Security Consultant, wenn man dazu Lust hat, weil natürlich viele Firmen mittlerweile international aufgestellt sind. Und ja, dann kann man auch gut mal hin und her reisen, was natürlich auch eine schöne Erfahrung ist. Muss natürlich zu eurem Lebensbild sozusagen passen. Wenn ihr zum Beispiel einfach nur sesshaft sein wollt, dann ist das vielleicht nicht ganz so das Beste. Aber jetzt aktuell geht ja immer mehr in Richtung Homeoffice, wobei Security da ein bisschen kritisch ist. Deswegen, ähm, ja, das ist schwierig. Okay, aber ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dabei. Denn auch dieses Video hier wurde wieder unterstützt von GetInIT. Das heißt, die haben mir wieder bei der Recherche geholfen. Die haben mir natürlich exklusive Einblicke sozusagen in die Berufswelt geben können, die ich so nicht haben kann, weil die einfach unfassbar viele Infos haben, natürlich unfassbar viele Arbeitgeber auch, die hier Jobs anbieten. Und ja, wenn ihr euch jetzt für IT Security Consultant, beziehungsweise für andere IT Security Berufe interessiert, dann schaut definitiv mal bei GetInIT vorbei. Ähm, dort müsst ihr euch allerdings nicht bewerben. Ihr könnt zwar gucken, was es gibt, aber normalerweise bewerben sich tatsächlich die Firmen bei euch. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, ihr könnt nämlich hier einfach mal angeben, ihr wollt in der IT Security arbeiten oder in einer anderen Branche, falls ihr auf eine andere Branche Lust habt. Und dann sehen wir hier, bam, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Jobs. Und wenn wir hier mal genau reingucken, sehen wir hier IT Security Consultant, beziehungsweise Junior Consultant in dem Fall. Äh, Junior Cyber Security Consultant, ja. Consultant IT Audit. Consultant, Consultant, Consultant und so. Ah, okay, das ist ein Softwareentwickler und das ist ein Penetration Tester. Okay, gut. Aber ihr seht, es sind ordentlich viele Consultants gefragt in letzter Zeit. Und das ist tatsächlich auch so das Bild, was ich momentan habe von der ganzen Gesellschaft oder von der ganzen IT Security Szene. Ähm, viele wollen tatsächlich einen Consultant haben, um nochmal extern überprüfen zu lassen, ob ihre IT Security wirklich gut genug ist. Und ja, wenn ihr jetzt da arbeiten wollt, wie gesagt, Jobaussichten sind super gut. Ähm, geht ihr einfach hierher, meldet euch an und legt euch am besten ein Profil an. Wie gesagt, dann bewerben sich die Firmen bei euch. Aber dazu ist wichtig, dass ihr hier auch wirklich ein Profil angelegt habt. Und ja, zum Beispiel dann IT Security müsst ihr natürlich ein bisschen Kenntnisse haben, ne. Ich habe hier mal einfach die 5 eingetragen, Penetration Testing, habe ich auch mal die 5 eingetragen. Dann natürlich die, ähm, Sprachkenntnisse und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn ihr euch hier angemeldet habt, vorher euer Profil ausgefüllt habt, dann habt ihr wirklich sehr gute Chancen, dass sich eine Firma bei euch bewirbt. Das war zumindest bei den Leuten, die sich bisher über meinen Link angemeldet haben, definitiv der Fall. 80% haben tatsächlich ein Angebot schon bekommen. Und ja, deswegen würde ich euch das definitiv auch mal ans Herz legen, falls ihr gerade auf der Jobsuche seid, beziehungsweise in Richtung fertiges Studium geht, dann brauchen wir ja auch einen Job danach, ne. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.